so jetzt wird ich bin wieder da und machen wir weiter jetzt sind die audio ein bisschen ja besser ja wahrscheinlich irgendwie leiser was hören bei mir aber ist so ich weiß nicht wie soll ich glaube wegen dem mikrofon also das ist bei aufnahme den ton im spiel bei fehl und vier sehr leiser geworden ist was macht mir was habt du erwartet das warte cool das ist krieg du wirst zu ich habe diesen ort und die kohle was sollte ich tun ich habe das richtige getan tatsächlich ausweichen nein eigentlich schon das drehen mir an die werde ich verrecken wenn sich ja aber ein versuch war es wert ich fand dich auch aber wenn die guhlen jemals einen weg herausfinden was wirst du mit ihnen tun nicht sagen sie vernichten unsichtbar sicher was meinst du sie sind eine bedrohung für die basis sie müssen vernichtet werden nein ich werde nicht zulassen dass du sie tötest nicht noch einmal das habe ich schon Zu wem hältst du einen Werfer? Zu diesen wilden Ghoulen oder zur Bruderschaft? Ich halte zu mir und ich werde die Stellung halten. Scheiße, war mir falsch. Habe ich nicht gesprochen, glaube ich. Also ich spreche nur kurz, wir werden was kurz schauen, wo wir waren. Dann müssen wir ja kurz kämpfen und dann vielleicht ändern wir die Geschichte nochmal. Och ne, nicht dein Ernst. Aber scheiße geil. Okay, dann lassen wir es so wie ist. Oh, ich hasse entschieden. Okay. So. Das nehmen wir. So, das nehme ich. 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 Das brauche ich nicht. Oh, noch ein Schlüssel. ja ist gut so ich habe gedacht bin ich viel näher als vorher aber leider ist also entscheidet gut das nehme ich das falsche kann ich sagen ja das Gute Dank meine Ghoulen. Es ist Zeit zu sterben. Fleisch, Fleisch, Essen. Essen, Essen, Fleisch, Essen, Fleisch. So, wo ist es? Ghoulen! Alter, ich hab euch vermissen, mein Bruder. Ihr seid so widerlich und so nervig. Alter, okay, da ist ein bisschen viel von dieser Brücken. Woa! Sorry, Strongy. Ich wollte das nicht. Okay. Ach, hier ist noch ein Ghoul. Und wir schlossen sehr gut. Ach du Schatz, ach du Schatz. Strongy, du bist so. Ach du Schatz, ach du Schatz. Oh, hab ich was genommen. Ich weiß jetzt nicht mehr was. Ich mach nach hier. Oh! Ich mach auf. Wo ist er? Da. Junter. Ich nehme so viel Schraub, das sollte sein für Bauern und so weiter, ich suche immer nix eine Sache, was ich, so, yay geschafft, ich finde die Knacken für 4 sind viel leichter. So, ja gut, Eisen, Eisen, oh, da ist noch Eisen, ist das, keine Ahnung, kann ich nicht nehmen, ok, gut, gehen weiter und wo ist die, da haben wir getötet, 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 oh, hier haben wir sowas tolles, ja, einfach nicht mehr, weil mir kein Spaß mehr, yay, ich habe mich im Kreis gedreht, la, läuft bei mir, nein, nix, nur einen, na toll, hier, könnt ihr ruhig 2, 3 machen, ich will noch auf, wenn sie mich freuen, so, also das, und hier, und wir gehen nach oben, ja, die W sind oben, und jetzt gehen wir raus, nein, wir haben ein Level Up, oh, okay, so, ähm, Pilbul, drücken wir ja noch T, ähm, Ähm, w bench квартиira, ähm, wo ist was, wo ist. Praun und Mía, nur ein só Canadian, nurses, amerikanischen Bedeut Also wir dachten, cleaning Gesamt Rom. Ein bisschen länger habe ich gebraucht, als sollte ich, aber haben wir geklärt. Ich wollte Michu bringen, aber anders ist nicht gegangen. Ähm, muss ich nach oben? Achso, hier muss ich so nach ganz oben gehen. So. Äh, ja. Hä? Wie war das nochmal? Ja, gehen wir. Hahaha, ich hab geklaut, ich hab geklaut. Hahaha. So, gehen wir weiter. Hat nicht geschafft. Also, das war erlaubt. Junge, wir haben Meldungen und Bericht, was ist passiert. Leider aber haben wir gekillt. Ich hoffe, es haben nicht alle gekillt. Dann habe ich mich über die Gülen-Probleme gekümmert und ja. So, also, gehen wir zu dem Kommando. Karl Kapitän. Bericht Ritter, hast du deine Untersuchung über die verschwundenen Vorräte abgeschlossen? Lügen, Lügen, nein. Anberta Clark hat sie gestohlen. Anberta Clark hat Rationen gestohlen, um sie zu füttern. Was? Gott, wirklich? Er hat seinen Schwur gegenüber der Bruderschaft gebrochen, unsere Vorräte gestohlen und diesen Ausgeburten geholfen? Wo ist er? Was ist mit ihm geschehen? Äh, was sind passiert? Äh, tot. Er hat mich angegriffen. Er hat mich angegriffen. Ich musste ihn töten. Dann hast du getan, was getan werden musste. Ein Jammer. Ich hatte große Hoffnungen auf ihn gesetzt. Nun gut, damit wäre der Fall abgeschlossen. Hier sind einige Kronkosten für deine Dienste. Da du deine Fähigkeiten im Einsatz bewiesen hast, möchtest du dich mit einer anderen Art von Mission betrauen. Unsere Knappen müssen ausgebildet werden. Sie sind jüngere Großen, die ein Vorbild brauchen. Jemand, dem sie nacheifern kann. Es wird Zeit für dich dein Können an die jungen Leute weiterzugeben. Bist du bereit, einen Knappen zu betreuen? Oh, oh, so weit bin ich schon als aus Wirra lecken, mein Güter. Einzelheiten? Kein Zeit. Öff, geh gerne. Was genau muss ich tun? Du eskortierst deinen Knappen zu einem Ort, an dem du alle Nachkriegsanomalien beseitigst. Mutanten, Ghule, Sins und wie sie alle heißen. Der Knappe beobachtet dich und hilft dir in einem geschützten Rahmen. Das ist einfach und bringt dir. Was sagst du dazu? Ich helfe gern. Das ist die Antwort, die ich mir auch oft hatte. Einer der Knappen erwartet dich. Wir haben ihn einen Ort genannt. Führ ihn dorthin und zeig ihm, was die Bruderschaft mit ausgeboten macht. Okay, wo ist der? Ich muss nach oben gehen. Also, Strongy, leider musst du mich verlassen. Also Leute, ich werde sagen, leider aber, wie mir tut leid, aber ich muss sagen... Was hab ich gedruckt? Ah, scheiße, ich hab mir wahrscheinlich Neuladen gedruckt. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. So, Leute, ich werde sagen, das war's und wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao! So. . Vielen Dank.